. Loritz Peter, Ihr Auto ist da gerade abgebrennt. Was ist da passiert? Ein Rauch ist hinterhalb raus. Motor ist hinten, rückwärts. Motor ist ein Rauch raus. Und gleich darauf hat die Dinge minimal verhören, habe ich gesehen. Und dann bin ich erst am Parkplatz her und hat den schon vollbrannt. Ja, dann ist schon ein Auto gegangen weg, er konnte explodieren. Dann bin ich 20 Meter weiter runter gestanden. Eine Welsennummer hat der Mann gekriegt auf dem BKW. Und der hat dann auch Führer und die Dinge verständigt, alles was nötig ist, erforderlich ist. Ja, fünf Minuten ungefähr. Im Vollbrand war ich schon. . 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